Dann lasst uns das Ding mal hier nach Hause fahren. So liebe Freunde, willkommen zu der neuen Runde League of Losers. Wir spielen heute FlexQ. Es ist am Start. Der liebe Alt-Roshi als auch sein Freund Ricky Martin. Der macht nicht nur gute Musik, sondern er spielt auch unglaublich gut League of Legends. Der gute, Alter. Der Huso, Alter. Habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Entweder zackt der komplett rein oder der wird mich übelst zerstören. Eins von beiden. Es gibt nichts dazwischen. Immer. Die Zunge, oder sie trifft! Das war der beste Invade, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Ah, den Trade habe ich aber gewonnen, möchte ich sagen. Oh, du Scheiße, der Gang. Easy peasy! Hab ich mit. Was war's bei dir? Okay, haben die zwitscht. Ja, die haben geswitscht. Lace ist sehr unangenehm. Boah, der Greg hat mir mal Rupert gesehen. Hey, lieber, ey, den. Soll ich mal wechseln, dann kannst du zurückkehren, dann komm ich nach oben. Oh, nein. Alles klar, I gang my party button. Ich dachte, der wird raus, das war was von irgendeinem. Oh, wenn die Vayne so viel Liebe zu bekommt, ey. Oh, er hat die Q getroffen, er ist jetzt tot. Und gekillt. Nice. Ja, normal, ey. Rhythm ist jetzt wieder Top-Lame. Nimm zwei Soft, Digga. Geil. Ne? Und wieder droht der Kleine. Alles klar, ey. Ja, er sagt. Ey, Yasu sagt gerade den Yasu. Ich hab jetzt mal einen Controller gekauft. Was machst du da? Loool. Will mich verarschen. Hast du keine Ultimate mehr? Du hast eine Ultimate. Ich hab aber keinen Mana mehr. Oh, lol. Never. Der will mich verarschen. Du hast beide gerettet. SS, SS, Top-Lane. Der Yasu ist nicht auf der Top-Lane. Wie hab ich eigentlich den Killcat nicht bekommen? Hast du recht? Nein. Können wir jetzt mal, können wir jetzt mal ein bisschen die Presse alle halten? Und der Yasu Flame Incoming in drei, zwei, drei. A1 Alles klar ey A1 Nein, er bekommt den jetzt, den Tower Oh mein Gott Nice, nice Schade, schade Okay, Double Diven ey, der wird wissen Wave, Carry Yasuo, Flame in 3, 2 Warum macht ihr nichts? Alles klar ey Große Wave, Große Wave, Große Wave, Große Wave, Große Wave Die Whippen, die will mich glaube ich Ja Mach mal ein Ward Alles klar ey Lass auf, die kommen von hinten, die kommen von hinten Alles klar ey Jo Gehen wir da irgendwas? Oh mein Gott Habe, Graves? Nice, nice Assets Oh, schade Wow, sehr nice Ding, Jade ist doch tot ne? Habe ich's Ich hab's locally Es ist eine Wolle Und dann ist das Gehen wir da Das ist das Rein Ich bin ja Ich bin ja Warte am Ende. Der schreit hier schon. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Oh! Ich wollte da rein mit der Ulti! Oh shit, ich bin down. Bye, 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 bye. Einfach ne Rayplay. Oh, Mist. Ich wollte da rein und dann bin ich gefressen. Ich denke mir so, ja, ich war hochklau, aber in dem Moment war er zu Ende und dann hat er mich erst gefressen. Ich denke mir so, ja, dankeschön. Ja, liebe Freunde, das war's. Schauen wir uns doch eben mal den Schaden an. Hat funktioniert. Hat funktioniert. Das heißt, noch zwei Placement Games. Der Schaden war in Ordnung. Hoshi hat da ordentlich reingeböllert und der Graves war echt so gut, wie er versprochen hat. Eine Seltenheit. Und ich bin mal gespannt, wo wir eingerankt werden. Ähm, ja. Wenn euch das gefallen hat, ne? Schaut mal beim guten Hoshi da vorbei. Der hat einen Livestream, der ist sehr, sehr nett und der ist bewundernswert, was seine Haare angeht. Da sollte man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Unten der Link zu seinem Stream in der Videobeschreibung. Ansonsten lasst mir einen Daumen da. Ihr kennt das ganze Spiel und bis morgen. Ciao. Bis zum nächsten Mal!